Jetzt habe ich das erst kapiert, tatsächlich, also das Publikum war ja nicht hier bei ihr, sondern gar nicht. Ich schneide das einfach so rein, dass es so aussieht. Wo tut mir der Schmerz am meisten weg? Wo schlägt meine wunde Seele? Ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Wo brennt mir das Herz am meisten? Heiß als Liebe war, ist das Gewicht, den wir jetzt beide gehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Catching a With und ich bin immer noch bei Bad Out of Hell in Oberhausen und jetzt habe ich neben mir sitzen Willemann Verkalk und Alex Melcher. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr. Ich habe die Community gefragt, was sie von euch wissen möchte oder auch über die Show und habe mir jetzt ein paar Fragen rausgesucht, die ihr dann jetzt hoffentlich zur Befriedigung der Zuschauer beantworten werdet. Das machen wir auch. Wir starten einfach mal ganz harmlos und zwar, warum seid ihr zur Audition gegangen, also was hat euch an dem Thema Bad Out of Hell sehr gereizt? Also, ja, Meatloaf ist natürlich eine Legende und ich habe früher in Pop- und Rockbands sehr viele Songs von Meatloaf immer gesungen und als das Musical dann kam und ich dann den Anruf bekommen habe, würdest du vielleicht mal vorsingen? Und dann dachte ich, ah, das war schon cool. Okay. Und Alex? Sehr einfach. Sehr einfach, ja. Ja, ja. Ja, ich bin vor einigen Jahren einfach in die Rockmusical-Schiene, ich wollte eigentlich sagen, die Rockmusical-Schublade reingefallen. Stimmt. Und dann war es natürlich naheliegend für mich, auch bei Bad Out of Hell vorzusingen. Ja. Weil da auch eben klar eine Rolle für mich drin war. Und was Bad Out of Hell betrifft, ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Ich hatte auch die Schallplatte zu Hause. Ich kannte Jim Steinman auch vortanzerapiere schon sehr gut, also dessen Musik. Und da ich auch früher in vielen Rockbands gesungen habe, war es selbstverständlich, dass ich darauf vorsung. Ja. Also habt ihr die Show nicht vorher in London schon gesehen und seid da sehr unbedarft auch rangegangen? Also ich habe dann, als ich mich vorbereiten wollte für die Auditions, da habe ich mir dann auch die Show angeschaut. Ja. Aber davor hatte ich noch diesen. Ja. Du dann auch nicht? Ich kannte das Creative Team, also die Hälfte davon zumindest sehr gut. Ich weiß, wer die Musik war, ich kannte die Musik. Ich konnte mir schon ein bisschen was darunter vorstellen. Auch von dem, was mir andere Leute und Kollegen erzählt haben. Meine Rolle speziell hat ja in London der Rock Fowler kreiert. Ich kenne ihn gut. Ich wusste, der wird schon keinen Mist gemacht haben. Und ich habe mir das dann angeschaut, also zwei Wochen vor Gruppenbeginn, als ich die Rolle eigentlich schon hatte. Aber es war für mich relativ klar, dass ich da blind unterschreiben kann. Okay, sehr gut. Was ist denn jetzt im Nachhinein so eure Lieblingsszene oder euer Lieblingslied in dem Stück? Also unabhängig davon, ob ihr jetzt selber in dieser Szene drin seid? Naja, ich bin dann schon in dieser zwei Szenen, die von mir lieblings sind. Also zwei ganz unterschiedliche Szenen. Die erste Szene ist Paradise by the Dashboard Light, weil wir da unglaublich viel Spaß haben. Und zweitens ist, wo tut mir der Schmerz am meisten weh, weil das einfach so leidenschaftlich und toll wirkt. Und ja, das sind meine Favoriten, auch wenn ich da selbst dabei alles bin. Und Alex, du gehst da mit oder? Ich geh da absolut mit, ja. Das wär's auch so. Ich mein, Paradise by the Dashboard Light darf ich Willemain in Unterwäsche sehen. Das muss man erst mal schlagen können. Und die andere Nummer S, die fordert mich auch eben dermaßen. Ja. Und Willemain gibt mir da auch überhaupt keine Chance, wenn wir 90% sind. Ja, ich mag auch Land of the Pigs. Mhm. Ja. Da kann ich schön Leute foltern. Auf der Bühne macht das durchaus Spaß. Also nicht, dass ich jetzt deshalb gerne Leute foltere. Aber man kann sich da, also ich kann mich in der Show wirklich schön ausleben in allen Richtungen. Ja. Stimmt. Ihr habt auch mit die witzigsten Szenen meiner Meinung nach. Obwohl ihr, oder primär Alex, du auch eigentlich der Böse bist in der Story. Aber auch diese Geburtstagsszene mit Raven, die ist ja halt total schrill und mega lustig. Also in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie andere Leute das sehen. Aber ich fand es sehr witzig auf jeden Fall. So ist es auch gemeint. Ja, genau. Gott sei Dank. Okay. Die nächste Frage, die geht direkt an dich, Willemain. Ja. Und zwar den Leuten ist es natürlich nicht entgangen, dass du schon sehr viele verschiedene Stücke und Rollen hattest. Hast du denn eine Rolle oder ein Stück, wo du dich mit am meisten identifizieren kannst? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es vielleicht deine Rolle in Wert oder Fell ist, weil deine Rolle hier schon sehr uriert. Ja. Obwohl man natürlich immer sucht nach, wie nah kann diese Rolle an mich selber kommen. Weil ich muss immer versuchen, das irgendwie in meinem Ich zu finden. Ja. Also ich versuche immer mit allen Rollen, auch bei Carla zum Beispiel Tag sein, eine Affenmutter. Ja. Dann denkt man auch nicht sofort, ah ja, das bin ich. Aber es ist natürlich etwas, was man dann doch irgendwie versucht zu finden und wo ich die dann wirklich echt und ganz nah an mich dann auch spielen kann. Und das habe ich auch bei Bats gefunden. Oder bin noch immer auf der Suche. Ja, ist natürlich sehr Klischee, aber ich sage dann doch immer Alphaba aus Wicked. Weil ja, also die Rolle habe ich sehr lange gespielt und überall gespielt. Und da, ja, habe ich schon wirklich, ja, gefunden, okay, das bin ich und das möchte ich gerne darstellen. Okay. Viele Leute hat interessiert, wie sieht der Alltag eines Musicaldarstellers aus? Ist das sehr viel anders, als wenn man ganz normal ins Büro geht? Verschiebt sich da einfach nur die Zeit nach hinten? Das tut es auf jeden Fall. Die Zeit schiebt sich nach hinten. Man arbeitet auch ganz oft an anderer Freiheit. Genau. Das ist also wirklich ein, wirklich ein anderer Rhythmus. Da ist aber natürlich, denke ich, noch unterschiedlich, ob man jetzt, ob man jetzt Familie hat oder nicht Familie hat. Früher, da bin ich nach Hause gekommen, dann war ich erst mal bis drei, vier Uhr wach. Hab was geguckt oder war noch weg, hab dann aber auch bis zwölf Uhr mittags geschlafen. Ja. Und konnte dann komplett relaxen, bis ich dann 17 oder 18 Uhr ins Theater bin und natürlich gearbeitet habe. Jetzt habe ich Familie, das sieht das ganz anders aus. Dann weiß ich, ne? Dann ist das ein riesen Organisationsakt. Es ist, ähm... Naja, und ich habe, ähm... Und ich habe auf eine gewisse Art auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Oder das, was ich als Kind am liebsten gemacht habe. Spielen. Das mache ich jetzt wieder. Jetzt bekomme ich Geld dafür. Und, ähm... Da kann ich das jetzt mit einem Bürojob nicht vergleichen, ne? Wir haben teilweise natürlich auch ganz strukturierte Abläufe, muss auch sein. Ähm... Aber... Ähm... Man muss darauf achten, dass man seine Ruhezeiten einhält. Wenn man es nicht tut, dann wird man wahrscheinlich ziemlich schnell an die Grenzen kommen. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, strukturiert. Wir haben unsere Warm-Ups, die wir machen müssen. Wir haben unsere Zeit, in der wir uns, äh, langsam in die Show, äh, mental, äh, reindenken müssen. Und, ähm... Ja. Ja, also ich habe keine Familie. Also bei mir ist es, äh, ein bisschen weniger, ähm, Organisation. Ähm... Aber was ich immer so interessant finde, ist, dass Leute denken, okay, und dann machst du natürlich tagsüber ganz viel Sport. Und dann singst du jetzt stundenlang und tanzt du stundenlang und dann machst du die Show. Und, ähm, ich denke, naja, eigentlich ist es unsere Ruhezeit, so wie, insofern das möglich ist, ähm, ähm, Leute, die von sieben bis, äh, oder von neun bis fünf arbeiten, die kommen dann nach Hause essen, äh, ruhen sich aus und schlafen. Und das ist eigentlich bei uns ein bisschen, bisschen umgekehrt. Ähm, und, äh, also bei mir sowieso, dass ich dann, äh, tagsüber ausruhe und versuche noch mein Papierkram und alle anderen Sachen zu machen. Und, äh, vielleicht kann ich noch mal einen Kaffee trinken oder mit Freunden treffen, aber, ja. 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 Was viele Leute auch interessiert hat, ist, ihr seid ja jetzt schon länger in dem Business unterwegs. Habt ihr irgendein bestimmtes Erlebnis, wo ihr sagen würdet, das ist eines der schönsten Erlebnisse, die ich auf einer Bühne mal hatte? Ähm, naja. Bei mir ist es, kann ich ganz, ähm, ähm, einfach sagen, dass es meine, äh, Premiere war, ähm, am Broadway, ähm, weil, ähm, dass ich nie in meinem ganzen Leben gedacht hatte, dass ich da überhaupt mal spielen dürfte. Und, äh, äh, ähm, 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 Eintrittsapplaus kriege von dem kritischen Publikum von Broadway. Ja. Genau. Ja. Und, ähm, 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 das kann, äh, einfach nicht wahr sein, und, ähm, da weiß ich nur so, ja. so klar. Das war, glaube ich, das alles schönste bis jetzt. Bei dir, Alex, hast du auch irgendwas, was du darauf kippen kannst? Es gibt sicher viele Momente, in denen ich einfach meinen Beruf liebe und froh bin über den Beruf, dass ich ihn gewählt habe. Aber natürlich ist es, wenn man sich bestimmte Rollen ganz besonders wünscht und sie dann auch noch bekommt und dann die Arbeit daran und dann nach der Premiere es geschafft hat. Das ist schon ein riesen Kick, dass man denkt, wow, wie geil ist das? Aber es sind auch Momente, die man immer wieder erfährt mit dem Publikum, also für die man ja versucht, auch irgendwie ein bisschen aus dem Alltag rauszubringen oder man versucht auch irgendwie ein Stück Kulturauftrag zu erfüllen. Aber seien es Momente, in denen man dann doch irgendwie in das Gesicht von jemandem schaut, der Tränen in den Augen hat, weil man, keine Ahnung, ein Lied singt, bei dem er vielleicht, keine Ahnung, seine Frau kennengelernt hat früher oder vielleicht jemanden verloren hat, was auch immer. Es sind einfach Momente, die man miteinander teilt und man das Gefühl hat, das ist wirklich was Tolles, was man da macht. Ja, sehr schön. Die nächste Frage, die geht auch direkt an dich, Alex. Und jetzt ein kleiner Spoiler, denn Alex ist in der Show sehr freizügig unterwegs. Um es mal so zu formulieren, da ist nämlich die Frage von den Leuten, wie ist das für dich, quasi so gut wie nackt vor Publikum zu stehen? Ist das eine große Überbindung oder denkst du, ich mach das jetzt einfach mal? Ist der Ruf, er ist ruiniert, lebt sich völlig unschön jetzt. Es war für mich nie ein Problem. Also ich bin da, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich so was mache. Und ich kann mich als Privatmensch auch ganz gut trennen von der Rolle. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was ich da jetzt verstecken muss. Es trägt ja dazu bei, irgendwie in der Art und Weise, wie es passiert, die Leute zu erfreuen oder zu machen zu bringen. Also es ist jetzt nicht einfach nur zum Exhibitionist, es ist zum Selbstzweck. Vielleicht bei Falco vielleicht, aber keine Ahnung. Es ist ein bisschen unerwartet auch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Aber nö, ich habe da kein Problem mit. Mir macht das sogar Spaß. Okay, auch. Glaube ich. Sehr gut, dann bleiben wir bei einem witzigen Thema, denn viele Leute interessiert immer die Frage nach den Pannen. Sind euch schon mal in irgendeiner Art und Weise bei Bad oder sonst in irgendeinem Stück irgendwelche Pannen passiert, die euch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind? Also vor zwei Wochen hattest du noch Pannen? Ich hatte vor zwei Wochen Pannen. Weil das mir, dass die Hose am Fuß hängen blieb, dass ich die nicht richtig aufgekriegt habe. Ja, so Zeug passiert irgendwie immer. Oder unerwartete Dinge, die einen zum Lachen bringen auf der Bühne. Die größte Panne für mich, die ich nicht vergessen werde, ist, dass ich auch schon in Orchestergraben gefallen bin. Okay. Solche Dinge passieren, die vergisst man auch nicht so schnell, wenn man dann auf einmal so halb auf dem Schlagzeug liegt. Hast du noch irgendwas dazu? Also, ich hatte zum Beispiel bei Wicked, da muss ich dann ganz groß und ganz fantastisch ein gutes Tun abschließen. Und dann ist das wirklich so stark so. Und dann muss ich natürlich auch ganz gut abklemmen. Und ganz schnell und schlicht. Und dann bin ich natürlich mit meinem Fuß hängen geblieben, bin ich gestolpert und kam ich nicht mehr aufrecht, weil ich hängen geblieben bin. Und ich konnte auch nicht mal aufstehen. Und dann musste ich von der Bühne kiechen. Okay. Also, das war ganz toll. Ich habe auch noch was Gutes. Bei WeRocky hatte ich einmal so eine Nackenverspannung in der Pause und ein Kollege war so nett, mich ein bisschen zu massieren. Dafür habe ich aber das Mikrofon abgelegt. Also, ich musste es abmachen, was ich sonst nicht mache. Und ich renne also beginnst weiter ab auf die Bühne. Ohne Mikro. Und fange an zu reden und merke, Ups. Dass ich mein Mikro nicht umhatte und vergessen habe. Es muss ein Techniker kommen und mir so eine Bananen in die angeht. Ja, live Entertainment, ne? Das sieht so aus. Dann kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Und zwar, das könnt ihr jetzt direkt an die Zuschauer auch richten. Warum sollte man sich unbedingt Bad oder Fell angucken kommen? Also, warum lohnt es sich auch einen längeren Anfahrtsweg, wie zum Beispiel von Stuttgart nach Oberhausen oder von Berlin nach Oberhausen, in Kauf zu nehmen? Ja, weil man, glaube ich, mit großen Augen und sehr gut gelaunt, der Show wieder rauskommt. Es ist ein Spektakel. Und wenn man Mieter auf Musik liebt und, ja, ich weiß nicht, es ist so eine leidenschaftliche, liebevolle, große, absurde Show. Da kommen einfach flabbergasted raus. Und wenn, ja, das ist genau, was die Show macht, glaube ich. Oder? Kann ich nicht viel hinzufügen. Ich glaube, man bekommt einfach als alles Entertainment geboren. Man darf jetzt nicht irgendwie große, tiefsinnige Geschichte oder erwarten, aber wenn man wirklich, wenn man wirklich was um die Ohren geknallt bekommen möchte, großes Theater haben möchte, größer als das Leben draußen, mit schönen Effekten, dann ist man hier richtig. Ja, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für eure Zeit und für die tolle Beantwortung der Fragen. Danke auch an euch da draußen für die gestellten Fragen. Natürlich, wie immer, nicht alle Fragen, denn das wird den Rahmen ein wenig sprengen. Und in der Kürze liegt die Würze. Und, ja, viel Spaß weiterhin im Theater. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.